Oh Gott, jetzt könnte man wieder die 90er-Spiegel-Spiegel-Kennigkeit brauchen, aber ich sehe es genau, wenn ich jetzt hochschalte, dann schalte ich wieder nicht mehr runter und merke es erst, wenn es zu spät ist, bin ich lieber etwas vorsichtiger. Oh Mann, ich bin... Warum mache ich das eigentlich? Ich hasse manchmal mein Unserbewusstsein, jetzt habe ich echt hochgeschalten. Ach, f*** dich. So, jetzt gehe ich hinter und jetzt schalte ich runter, passt auf, jetzt. Alles klar. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Könnt mich nicht verurteilen. Brennt an. Feuer. Feuer. Lass nicht zu viele aufeinander knurren. Ja, 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 ja. Raus, raus, raus. 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 Das ist echt ein Problem, meine Truppen von den Feindlichen zu unterscheiden. Die haben da weniger Probleme als wir. Danke, liebe Frau. Liebe Frau. Paradoxon. Frauen sind freundlich. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Äh, hüah. Könnte ich mal aufhören, auf mich zu ballern? Das ist irgendwie total komisch. Bürgerkrieg, Bürgerkrieg. Jetzt lassen wir ja ausbrennen. Zurück, bitte. Wir haben noch... Wir haben nur einen Verlust gemacht, aber viele sind verhörtert. Oder? Wir hatten noch 93 am Anfang. Bis das jetzt abgebrannt ist, könnte es ein bisschen dauern, so ein paar Jahre. Ich bin überlegen, ob wir hier auf diese Holzplattform Truppen draufziehen. Hier die Menge Schilder. Ja, wir könnten einen auf gemein machen und könnten hier wirklich die ganzen Schilde, wir könnten auf 10 Spielgeschwindigkeit stellen. Und immer in vierer Trupps die Leute schnell hoch, 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 und dann kriegen die wahrscheinlich alles hier drauf gestapelt. Es würde funktionieren. Bloß will ich das. Hm. Das ist hier die Frage. Ich bin auch immer überlegen, ob ich gleich mit den Fernkämpfern auch die Katapulte mit vorziehe und mit drauf baller. So können wir zumindest hier schon mal freischießen. Dann gibt es das Gebiet. Ob ich die Katapulte noch für andere Zwecke einsetze? Ich weiß es noch nicht. Aber wir könnten die Katapulte eigentlich echt... Normalerweise müssten die so weit schießen können. Ich... Ich denke geradezu sehr mit Stronger Corsair 2, wo die Katapulte geringer schießen als Bogenschützen. Aber hier ist es ja so, dass mich eigentlich nur die Balliste treffen könnte, wenn wir mit Katapulten gut umgehen. Katapult wird bewegt. Yay. Die können hier schon treffen? Ihr seid immer cool. Ihr habt den Swag. Hier ist nichts. Das speichern wir mal. Das ist nämlich ein Fortschritt meines Erachtens. Und speichern. Das ist der tollste Schritt meines Lebens. So gut wie erledigt. Nicht alle treffen, aber viele. Katapult wird bewegt. Hey. Nicht schlecht. Machen wir doch erstmal das. So gut wie erledigt. Jawohl. Das sieht gut aus. Einmal aufmachen. Hauptsache wir treffen nicht diese Holzplattform. Die brauche ich noch. Reicht es, dass die Truppen durch können? So gut wie erledigt. Die Anzeige lügt mich schon wieder an. Das reicht so gut wie. Ja, hier können wir durch eigentlich. Das dürfte reichen. Da hinten ist auch so gut wie. Also da braucht man vielleicht einmal kurz dagegen schlagen. Dann haut es hin. Das speichern wir nochmal. Mal. So. Und speichern. So, ein bisschen mehr. Vielleicht kriegen wir auch das Ding hier. Mist. Mist, Mist, Mist. Na gut, ihr seid eh bald leer. Hauptsache ihr kriegt den Tom noch kaputt. Das ist das Wichtigste. Das ist der Wichtigste. Katapult bereit, Milon. Japp. Sehr schön. Jetzt habt ihr eh nicht mehr genug Steine, um hier irgendwie ordentlich dran zu machen. Dann macht ihr eben noch hier weiter auf. Dankeschön. Wir benötigen Steine. Und schon leer. Gut, jetzt brauche ich euch eh nicht mehr. Ihr könnt höchstens noch als Kugelfang dienen. Ja, die Schilde hier zu besetzen und zu holen, das ist einfach ein zu langfristiges Unterfangen. Ne, ich hätte jetzt gerne Steinnachschub. Das wäre toll, noch weiter bomben zu können. Das würde mich so glücklich machen. Wenn wir einen Belagungsturm hätten, wäre das auch leicht, hier ranzufahren und aufzumachen. Aber okay. Haben wir ja nicht. Deswegen hören wir auf, so zu tun, als hätten wir einen. Von daher speichern wir das nochmal. Ich finde, das ist toll. Das war eine klasse Leistung. Und nun geht es weiter mit den Schilden. Schild bereit, eure Lockschaft. Schildibus Gewaltikus. Und los! Bringen wir die Schilddrüsen ins Feld. Ich bin echt nur überlegen, soll ich die hochziehen oder weiter vorne? Na, komm, wir machen es auf dem freien Feld. Wir machen es auf dem freien Feld. Und Schildmärch! Eure Lockschaft! Jetzt bereue ich es doch, dass die Frau nicht mehr da ist. Mein Herr? Hm, ach, die ist doch bestimmt noch da. Die versteckt sich bloß irgendwo, weil sie Angst hat, dass wir sie doch vorschicken. In Bewegung! Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Nein. Vorwärts! Äh, so, so, so. Oh Gott, oh Gott, es werden so viele noch auf dem Weg sterben. Ihr Narren, ihr sollt doch nicht darunter gehen. Und warum schicke ich meine Pekiniere noch nicht hin? Es wird noch klappen, es wird noch klappen. Weiterschießen, weiterschießen, weiterschießen. Oh Gott! Komm, die Pekiniere zu uns? Wollte ich schon gerade sagen, die kommen doch gar nicht her. Wir kriegen aber auch einiges abgeschossen. Das macht sich bloß, bis die da sind. Wir können schon fast den Rest mit vorschicken. In die Richtung. Die Sturmböcke auch schon mal. Mist, ich wollte euch doch noch als Kugelfang nehmen. Verdammikus. Aufmachen, bitte. Nicht auf die Nahkämpfer machen. Nicht auf die Nahkämpfer machen. Die Fernkämpfer, bitte. Da hinten zum Beispiel. Ja, natürlich ist das... Oh Gott. Näher ran, näher ran, näher ran. Ja, jetzt sind wir bald durch. Der Pulte wird als Kugelfang noch da. Speichern. Fortschritt. Ja, in der Tat. So. Das ist doch der Punkt, wo ich gesagt habe, da schicken wir die Ritter rein. Natürlich war ich mal wieder inkonsequent. Inkonsequalent. Ja, das ist halt die Frage. Ja, wird er zum Pech aufmachen. Da ist bestimmt jede Menge böses Brennbrennen. Ich hab ne Vermutung. Ich hab ne ziemlich böse Vermutung. Und ich hab ne Vermutung, dass ich jetzt gleich neu laden muss. Ne, es ist noch nicht mal das, was ich gedacht hab. Ich dachte, das Feuer geht bis ganz vorne hin. Problem ist aber... Oh, oh. Nein! Hast du meine Sturmböcke... Ah. Ja klar, ich hab doch gar keine Lanzenträger. Wieso sollte ich denken, dass die zu mir gehören? Oh, oh. Kann sein, dass wir gerade... Wusste unsere... Shit. Nee, wisst ihr was? Das machen wir nochmal von diesem Punkt aus. Ist der soweit? Okay. Geh mit her. Und ihr geht jetzt mal weiter. Hm, bitte aufmachen. Ach, du Scheiße. Feuer, Feuer, Feuer. Warum muss hier alles Feuer sein? Beim Angriff Feuer, bei der Verteidigung Feuer. Immer nur Feuer. Als hätt's niemals was anderes gegeben. Warum hat die Mensch das Feuer erfunden? Das ist doch einfach scheiße. Eureka, Schnauze. Füß dich mit deinem Feuer. Vergangenheit reißen. Die Zeitverschiene zum ersten Mensch, der Feuer gemacht hat und den zusammenschlagen. Du Arschloch. In dir der ganze Mist. Oh, Mann. So, herrlich sinnlos mal bitte. Genau mein Geschmack. Ist bald mal ausgebrannt. Oh Gott, nein. Die ganzen Gebäude müssen ja erstmal wegbrennen. Na gut, das machen wir jetzt gerade. Oh Gott. Hier brennt alles. Hier ist alles am Zündeln. Komm, 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 kommt, kommt, kommt. Kommt, das reicht. Ich hoffe, der schüttet jetzt. Schütten, 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 schütten. Dafür sind unsere Ritter noch da. Einen hat geschüttet. Der andere hat nicht geschüttet. Das gefällt mir nicht so ganz, aber... Müssen wir wohl mit leben. Wir müssen jetzt mit allem kommen, was wir haben. Mal sehen, ob es reicht. Ja, ich kriege irgendwie die Karte nicht abgewählt. Ja, beide machen. Wollte schon gerade sagen, es sind auch schön beide am... Oh Gott, hier brennt alles. Wir machen mal sicherheitshalber so einen Sechser. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den behalten will. Ich bin mir nur eine Frau, da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich sie behalten will. Gott, zum Thema Feminismus wollte ich eigentlich auch noch was sagen. Aber ich glaube, das mache ich mal wieder in einer ruhigeren Mission. Irgendwann anders. Nein, du wirst nicht schütten. Danke schön. Günther, nimm deine Freunde mit. Okay. Hier ist alles sauber. Sauber. Der Saubär ist wieder da. Der saumäßigste Bär überhaupt. Ja, das war die Frage. Kriegen wir es so noch geschafft? Es könnte hinhauen. Es könnte. Es muss nicht. Überall wegmachen, bitte. Ohne Fernkämpfer wird es dann wohl noch die Nahkämpfer wegzumachen. Aber irgendwie muss es klappen. Wir sind bereit. Einer für alle. Da bräuchten wir halt mal wirklich ein bisschen einen Plan, wie wir säubern wollen. Sei nicht stellerlaufaggressiv, aber ich glaube, das ist eher ein... Hm, ich weiß es gerade nicht. Es kann helfen, aber vielleicht teilen sie sich dann zu sehr auf. Ich habe irgendwie Angst, dass unsere Nahkämpfer dann einfach nicht mehr reichen. Hier, das sind zum Beispiel welche von Wolf. Nee, die werden nicht reichen. Wisst ihr, ich habe gerade so eine ganz, ganz böse Vermutung, dass wir unsere Fernkämpfer dann noch bräuchten. Mitsamt den Schilden. Denn unsere Leute schaffen das soweit nicht. Aber wenn wir unsere... Gott, aber bis die Fernkämpfer mit den Schilden hier oben sind, ja leckt mich am Arsch. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Wir haben jetzt nahezu nichts mehr. Mal hier nochmal laden. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. So, hier geht nochmal hoch. Hinterarmy. Und die geht jetzt mal alle auf aggressiv. Äh, jetzt hat er es geschafft. Ich glaube es nicht dran, aber ich möchte jetzt echt mal wissen, ob es... funktionieren könnte. Nein. Jetzt hat er schon wieder geschüttet. Nee, ich habe irgendwie ein echt blödes Gefühl bei der Sache hier. Ja, da haben wir schon unsere... Nee. Eins davor. Okay. Das war noch vor unserem Vorsturz, aber nachdem wir die Katapult-Schwächung gemacht haben. Ich bin gerade überlegen, gibt es hier noch einen schönen Zwischenpunkt. Ja gut, wir könnten unsere Leute wirklich hier draufstellen. Vielleicht ist das Ding sogar dafür gedacht. Ich bin mir nicht sicher. Weil wir könnten unsere Truppen dann am Ende wirklich auf den Bergfried stellen, aber ist das eine gute Idee? Ich glaube es nicht. Weil bis die dort sind, sind sie tot. Da müssten wir die schon richtig parallel mit den Schilden losschicken können. Hm. Daran glaube ich nicht so richtig. Nee, ich glaube es muss wirklich so... Ich probiere das jetzt mal so. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Wir schicken dann die Katapulte wirklich als... Sturmbock bereit, Milon. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. Unmögliches Ziel. Das wird jetzt eine lustige Aktion, aber das möchte ich jetzt auch probieren. Schild wird neu positioniert. Bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. So. Schild wird neu positioniert. Schild bereit, eure Lordschaft. Hm. Ja. Schild bereit, eure Lordschaft. 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 Bin zur Stelle. Dann machen wir auf jeden Fall Armutschätzen. Achtung. Sieben. Und Marsch. Ähm. Und los. Schild bereit, eure Lordschaft. Acht. Acht. Jetzt kriege ich es langsam nicht mehr mit einer Hand hin. Schild bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung. Aber ganz knapp noch schon. Ne. Neun. Stimmt, die Null kann ich, glaube ich, auch noch vergeben. Und los, Schild. Und die Null. Im Laufschwärm. Schild bereit, eure Lordschaft. Okay. Das möchte ich jetzt mal wissen. Und Spalter. Ganz langsam. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. 5, 5, 6. Wap, 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 wap. Unglaublich. Okay. Bogenschützen bereit. Bogenschützen sollten natürlich auch nicht fehlen. Noch mehr Ampo schützen, bitte hoch. So, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Stimmt, euch als Kugelfang. Da war noch was. Das vergesse ich. Ich vergesse ich jetzt mal den Kugelfang. Jedes Mal. Eure Befehle? Das ist gemein. Bin zur Stelle. Übrigens, so in eigener Sache. Ich habe gestern meine erste Darn-of-War-Aufnahme gemacht. Die ihr erst nach General sehen werdet. Also, ja. Es ist noch ein bisschen Zeit. Es ist irgendwie komisch, Aufnahmen zu machen, die ihr irgendwie später seht, weil einfach der Plan es anders sagt. Irgendwie seht ihr manchmal Aufnahmen, die ich später mache, früher als die anderen. Aber so ist es nun mal. Jeder, der selbst mal ein Space gemacht hat, will wissen, warum das so ist. Es ist halt einfach... Man kann halt nicht immer alles sofort zeigen, was man macht. Irgendwie muss man das ja einplanen. So läuft das eben in dieser grausamen Welt. Und ja, hm. Was die erste Aufnahme angeht. Ich weiß nicht, ich bin so gemischte Gefühle. Ich habe ständig das Gefühl, ich hätte es besser machen sollen. Das liegt auch daran, dass Darn-of-War 1 dieser Spiele ist, die mir so wichtig sind, dass ich schon wirklich alleine schon lange gezögert habe, es zuletzt playen, weil ich mich nie bereit dafür gefühlt habe. Hm. Aber das gab es schon bei anderen Spielen auch, dass das so war. Stronghold, meines Erachtens, habe ich eigentlich auch meines Erachtens zu früh gespielt. Ähnlich wie jetzt auch Spellforce. Gersten. Das ist das Hauptspiel. Es gab einige Spiele, die mir zu wichtig sind, für die ich irgendwie noch nicht würdig genug war. Also, sagen wir es mal so, dass ich noch mehr Let's Play-Erfahrung hätte sammeln sollen. In der Zeit. Aber kann man ja nichts machen. Andererseits muss ich halt sagen, dass Stronghold eigentlich wirklich mein Hauptmerkmal ist auf meinem Kanal. Und vielleicht wäre das gar nicht entstanden, hätte ich mir damit Zeit gelassen. Wer weiß das schon. Aber was Belfors angeht, hätte ich noch ein bisschen warten können. Naja. Also, alles Paletti hier oben. Dann wollen wir mal gucken, ob das so hinhaut. Eigentlich sollten die Schilde jetzt sehr, sehr gut schützen können und auch eine sehr, sehr lange Zeit. Jetzt können wir mal gespannt sein, ob das so hinhaut. Hoch, hoch, hoch. Dort sind die Leute auch ein bisschen geschützt. Seid ihr noch? Nee. Ich habe die Schilden ja die vier gegeben und so Späße. Ja, komm. Dann machen wir jetzt mal mit dem Pekinieren hoch. Hoch, 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 auf, hoch, zu. Mit nach von Seite aus zu bei. Genau. Mach die Katapulte kaputt. Bitte mach die Katapulte kaputt. Gut, mir den Gefallen. Nicht nur auf die Pekiniere. Ja gut, die sind auch irgendwann tot. Und wir haben noch ein bisschen Schildschutz übrig, denke ich mal. Äh, die kommen jetzt irgendwie nicht hoch. Kann man jetzt nichts machen. Ja. Ja, jeder der abgeschossen wird, ist trotzdem ein Vorteil. Ja, jetzt sind wir schon an dem Punkt, an dem wir nicht mehr weiterballern können von hier aus. Das war ja klar, dass es uns nur bedingt hilft. Äh, jetzt auf jeden Fall, Gott. Hier, ja komm, machen wir das immer noch so. Eins. Zwei. Drei. Und die Pekiniere sind die vier. Ja.